Ein Index-Update am Nachmittag fällt heute besonders leicht, denn es ist Feiertag in Amerika. Die Märkte sind zwar offen, wie wir gleich sehen werden, aber, also zumindest mal die Indizes als Future, die tickern natürlich, aber ansonsten ist das eine ziemlich langweilige Angelegenheit. Das sehen wir auch beim DAX aktuell, deshalb können wir es heute relativ kurz machen, damit wir so ein bisschen wissen, mit was wir es zu tun haben. Hier der Blick auf den DAX im Fünf-Minuten-Chart und dann guckt euch das mal an. Hier war noch der Donnerstag, dann war hier der Freitag, da ging es schon langweilig los und das ist dann der heutige Tag, ihr seht. Also im Fünf-Minuten-Chart seht ihr schon, da ist überhaupt gar kein Interesse für irgendwie was da. Die bullische Seite, es ist ja eine Aufwärtsbewegung, die bullische Seite ist nicht stark. Ich mache es mal groß, weil ich gab ja viele Feedbacks, lieben Dank auch immer dafür. Bitte mach es größer, erinnert mich daran. Weißt du, alte Menschen, das ist immer so eine Sache, die merken sich das dann nicht. Die machen das so, wie sie es immer tun und bei mir fällt mir das nicht auf auf meinem Bildschirm. Aber ich weiß natürlich, viele gucken mobil auch diese Videos und sind dankbar, wenn es ein bisschen größer ist. Da die Zahlen schlecht zu lesen sind, werde ich euch ein bisschen durchreden sozusagen durch die verschiedenen Levels. Also was ihr hier seht im Fünf-Minuten-Chart, das hoch hier. 16. Juni, das war Donnerstag, mitten in der Nacht um drei, das war mitten in der Nacht, hätte ich fast gesagt, am 16., aber abends um 21 Uhr, also gegen Ende des US-Handels. Und seitdem tief ist der Markt in einer Aufwärtsbewegung. Ich glaube, das ist völlig unstrittig. Tiefpunkt, aktueller Punkt. Ja, es ist eine Aufwärtsbewegung. Und die Frage ist, ist das jetzt das, was sich die Marktteilnehmer vorstellen? Ist das die Begeisterung, die man sich wünscht? Die Marktteilnehmer sehen es nicht sehr optimistisch aktuell. Sie gehen zwar nach oben, sicherlich auch vielleicht eine technische Reaktion auf die Abwärtsbewegung, aber sie tun es völlig ohne Begeisterung. Das sieht man an den Rücksetzern, die dauernd hier mit Überschneidungen sind, im Großen, im Kleinen. Ob ihr die Kleinen guckt, ob ihr die ganz Kleinen guckt, ist doch überall Überschneidung. Überschneidungen ist meistens nicht mehr so gut. Es ist nicht mehr, ist das richtige Stichwort. Ihr seht die Bewegung hier. Wir machen das mal ganz kurz exemplarisch, dann habt ihr noch ein bisschen eine Lehrbucheinheit mit dazu. Das ist eine klare Abwärtsrichtung. Und gegen Ende der Bewegung seht ihr, nehmen diese ganzen Kursüberschneidungen zu. Die hattet ihr hier vorne nicht. Das ging erst gegen Ende. Das heißt, wenn ihr mal irgendwann einen starken Trend habt und dann fängt dieser starke Trend an, auf einmal mehr und mehr Kursüberschneidungen drin zu haben. Ich sage immer gerne Überlappung. Da überlappen zwei Kurse sozusagen oder Kursverläufe. Dann ist das meistens ein Zeichen für ein Ende. Profis unter euch kennen das auch unter dem Begriff Ending Diagonal. Das ist so der etablierte Begriff dafür. Das ist quasi, es geht irgendwie so, läuft das so aus, mehr oder weniger. Und das eben am Ende. Deshalb der Begriff Ending. Ist gar nicht so selten und ist ein Indiz dafür. Das muss nicht der Fall sein. Ihr seht, dass das manchmal nicht der Fall ist. Also nicht, dass ihr jetzt sagt, oh Gott, das war nicht so. Der Markt durfte nicht drehen. Also der Markt kann auch manchmal genau so. Aber wenn ihr sowas seht, dann sagt ihr, ja okay, jetzt haben die keine Lust mehr. So und dann wisst ihr schon Gewinne enger, also Stops enger ranziehen oder Gewinne mitnehmen und sagen hier, der Dreh, der kommt bald. Die andere Variante mit den vielen Überschneidungen ist eine Korrektur. Und eine Korrektur ist gegen den Trend. Das heißt, wenn ihr das habt, wüsst ihr, dass eigentlich mit dem Trend die Richtung ist, die toll ist. Und mit dem Trend war ja abwärts. Das heißt, das ist eine Gegenrichtung. Das heißt, meine Erwartungshaltung ist daraus gehend tatsächlich abwärts. Ihr könnt euch also generell merken, habt ihr Überschneidungen. Sprich, das regelmäßig für die Gegenrichtung. Ganz egal, ob das das Ending ist, weil der Kurs von oben trendmäßig kam, oder ob das Teil einer Korrektur ist, weil der Kurs hauptsächlich von unten kam. Ihr erwartet anschließend die Gegenrichtung. Das heißt, das ist der Grund, warum ich aufgrund dieser Bewegung sage, meine Erwartung ist eigentlich abwärts. Also jetzt Shorten. Naja, ob man am heutigen Tag, wo Feiertag ist, groß Shorten muss, weiß ich nicht. Aber für Long spricht relativ wenig. Man kann jetzt vielleicht noch Folgendes sagen, naja, aber hier so Korrektur, so Trendkanal, dann hat er doch noch Chancen bis hierhin. Ja, hat er tatsächlich. Viele würden dann noch Fibonacci mal anlegen, einfach so um eine Größenordnung zu haben und sagen dann, wieso? Der Kurs geht doch eh gerne. Er zählt es dir ja auch immer hierhin. Da wäre doch dieses hier so in der Nähe des Trendkanal-Oberseite. Das würde doch auch passen. Dann geht er noch dahin. Kann ich da nicht kaufen? Ja, die Überlegung ist logisch völlig korrekt. Finde ich auch grundsätzlich gut. Nur jetzt mal Hand aufs Herz. Welche Begeisterung ist das gerade, die die Märkte nach oben treibt? Äh, also ich würde doch bei sowas jetzt keine Long-Überlegung. Also das ist für mich so ein typisches Ding. Ne, mach mal was anderes. Also ihr seht, jetzt haben wir ein bisschen länger über den DAX mal gesprochen, weil amerikanische Markt gucken wir auch gleich an, aber da kommt ja auch nicht wirklich was Vernünftiges bei rum aktuell. Ja, ich halte einen Gang dahin absolut für möglich. Würde ich das handeln? Nein. Mit dem Ding? Ne. Ja, wenn du es verpasst? Ja, habe ich das verpasst. Aber ich verpasse auch hin und wieder mal doofe Filme. Das ist doch nichts hier. Das ist, die schieben gerade einen doofen Film hier in Anführungsstrichen. Komisches Vergleichsbeispiel jetzt, aber es fiel mir gerade so ein. Also das ist nicht wirklich attraktiv, muss ich sagen. Und dann lasse ich die Finger lieber davon und halte mich raus. Ich habe es angesprochen, die Short-Seite finde ich besser. Würdest du also jetzt Shorten? Ne. Mit welcher Argumentation? Der Kurs geht nach oben. Auch diese Bewegung ist eine Aufwärtsbewegung. Ich gehe doch nicht Short in eine Aufwärtsbewegung. Also jetzt zu Shorten? Weiß ich nicht. Ich würde Shorten, wenn er hier oben ist oder wenn er hier unten irgendwie was bricht. Die Unterseiten. Streng genommen würde ich erst hier unten Shorten an der Marke, weil das letzte Hoch war das. Deshalb fände ich das mit noch steigenden Kursen durchaus schöner, weil dann wäre das Hoch ja hier oben, das letzte Hoch hier und dann wäre das hier mein Trigger. Fände ich noch cooler. Also insofern, ich fände es gar nicht schlimm, wenn er noch ein bisschen hoch wackelt. Nur muss ich mein Geld da nicht parken, während er vor Leidenschaftslosigkeit da vor sich hin wackelt. Also Short finde ich grundsätzlich gut, ist aber nicht getriggert. Und Long finde ich grundsätzlich nicht gut. Sehe ich eine gewisse Chance, dass er das noch macht. Würde ich aber nicht handeln. Seht zu, was ihr daraus macht. Ich persönlich bin nicht ein Freund davon, in so einen Wackelpult einzusteigen. Leidenschaftslosigkeit par excellence. Gucken wir mal, was die Amerikaner gerade machen, auch im 5-Minuten-Chart und im ganz kurzfristigen Chart. Und vielleicht jetzt schon mal ein kleiner Hinweis. Ich werde gleich wieder ein Update machen, auch fürs große Bild. Das werdet ihr natürlich dann auch sehen können. Es wird ja dann vielfach verlinkt und versendet. Also werdet ihr das mitkriegen. Schaut euch das super, super gerne dann auch noch an. Das wird allerdings ein bisschen dauern. Deshalb bleibe ich jetzt hier im 5-Minuten-Chart. Das übergeordnete, wie gesagt, gucken wir uns später an. Das ist der Dow Jones. Nur 5-Minuten-Chart. Das Tief hier. 17. Juni, 17 Uhr. Unsere Zeit jetzt. Das ist hier 20. Juni. Heute nachts um 4 Uhr. Halb 4 Uhr. So, die Aufwärtsbewegung. Das ist, also da kriegt man Augenkrebs von. Das ist nicht angenehm, wenn man sowas sieht. Das ist ganz klar. Ja, der Kurs ist nach oben. Und ich weiß, dass viele sagen, ja, hätte ich aber trotzdem gerne gehandelt, weil es ist ja nach oben gegangen. Aber das ist das, wo der Markt sich nicht entschieden hat. Da könnt ihr auch Münzwurf machen und sagen, wow, wird schon irgendwie gut gehen. Und viele behaupten immer, Charts, das hat doch was mit Knochenwerferei und Münzwurf und da kann man doch auch nichts draus lesen. Ich kann euch die Zukunft nicht vorhersagen. Ich kann euch aber sagen, die Marktteilnehmer haben keinen Bock auf wirklich kaufen. Sonst hätten sie das anders veranstaltet, nämlich irgendwie so und dann mal Pause und so und dann mal Pause irgendwie, aber eben mit Lücken dazwischen. Also ihr seht schon, ich bin nicht begeistert von der bullischen Seite. Alles, was ich bisher sehe, sowohl das, was ich hier sehe, ist überall Kursüberschneidung. Im Großen wie im Kleinen wie im ganz Kleinen. Das macht alles keine Laune, um zu sagen, die sind sowas von scharf auf kaufen. Nee, sind sie nicht. Also für mich ist der heutige Feiertag ein Premium Beispiel dafür, einfach mal die Hände in den Schoß zu legen, was anderes zu tun oder aber auf irgendeinen anderen Markt nochmal auszuweichen. Ihr könnt mal Commodities angucken. Ich befürchte allerdings, dass das dort nicht groß anders ist. In kurzen Zeiteinheiten einfach, weil die Marktteilnehmer fehlen und naja, sowas ist, weiß ich nicht, mega korrektiv. Den Nasdaq finde ich noch mit am schönsten und zwar eigentlich allerdings eher aus der Richtung. Ich mache mal hier das Bild etwas größer, auch die starke Abwärtsseite wieder und hier so halbwegs A, B, C. Man kann so ungefähr hier das Tief bei 11.120 sich mal, jetzt kann man sagen, oh Gott, oh Gott, ist ja nur 50 Punkte entfernt. Ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sehen. Ich kann mit euch nochmal einmal das andere Extrem, wir gehen mal auf Minuten-Chart. Was ist die geilere Richtung? Ich sehe es nicht. Das war mal, vielleicht nochmal ganz kurz für die, die jetzt sagen, ich bin jetzt total verwirrt, weil der war doch dann super, Rüdiger. Richtig, der gefällt mir. Wenn er jetzt wackelig hochkommt, das ist der Short-Trigger für Short. Hat er nicht gemacht, also kein Short. Den Long verpasst? Naja, theoretisch könnte man noch sagen, naja, das war starke Aufwärts, das war A, B, C runter und dementsprechend das der Trigger für den möglichen Long. Ob man es auf Minute wirklich handelt, das ist jetzt mehr ein Lehrbuchbeispiel, ob man es auf Minute wirklich handeln kann, umsetzen kann und so weiter. Das hängt sehr davon ab, wie schnell ihr seid, welche Bedingungen ihr habt bei der Umsetzung der Trades, Gebühren und so weiter. Aber ihr seht, lasst euch eine Seite stark zeigen und dann die andere A, B, C. Dann wüsst ihr wieder, okay, das ist die bessere Seite und dann mache ich bei der mit. Und wenn beide Seiten schwach aussehen, ist mein Tipp, macht nichts. Auch wenn ihr dann vielleicht manchmal was verpasst, ich halte es für die bessere Entscheidung. So, jetzt habe ich zehn Minuten gesprochen an einem Markt, der total langweilig ist, aber ich glaube, dass euch das vielleicht, ich hoffe es zumindest mal ein bisschen hilft, auch bei der Überlegung, wie man sich dem Markt nähert und dann gegebenenfalls sich zurückzuhalten, wo es nicht der Fall ist, zum Übergeordneten mache ich gleich ein extra Video. Das wird noch eine Weile dauern, das muss ich ein bisschen zusammenschnibbeln. Dann könnt ihr euch das angucken, nämlich mit der Chance. Ist denn das wirklich gegeben, dass der Kurs jetzt dreht? Wie sieht es denn da aus? Aber das gucken wir uns dann gleich im extra Beitrag an. Bis dahin euch erstmal alles Gute, toi 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 und liebe Grüße.